Die halbe Stadt ist Bayern-Fan, die halbe Stadt ist Hertha-Fan und muss man sagen, dass in diesem Spiel, auch als Spieler war es so, egal wer das Tor macht, alles springt hoch. Es wäre schön, wenn wir das erste Tor machen oder so, wenn wir ein Sieg-Tor machen nach so vielen Jahren. Das wäre sehr schön, aber wir wissen, wie ist der Tag, wir werden uns vorbereiten. Wir werden natürlich froh sein, uns gegenüber diesen Spielern zu messen. Das ist für jeden ein besonderes Spiel und einfach genießen. Das muss ich sagen, das ist einfach ein bisschen blöd, oder? Das kannst du nicht mal sagen, unerfahren, das ist einfach ab und zu ein bisschen blöd und ich bin ratlos. Aber ich höre gerne zu, Leute, was soll ich machen? Fünf, wahrscheinlich kommt die Sechste auf. Das ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, so verhext. Jede Spieler ein Elfmeter und ein verletzter Spieler.